Hallo und willkommen zurück zu Unusual Findings. Wir sind hier in der neuen Karte. Wir hatten beim letzten Mal schon den Stadtplatz, das Flussufer, den Truck-Anhänger und, boah, naja, die verlassene Anlage uns angesehen. Bei der Anlage sind wir nicht weitergekommen, ohne ein Passwort zu haben. Beim Stadtplatz, da hatten wir diese Flasche von dieser Coca irgendwas bekommen und da hatten wir so einen Brunnen gefunden und da mussten wir wohl runter für irgendwas und da kommen wir vom Flussufer aus hin. Wir haben außerdem hier diesen Geheimausgang und da steht ein Hund vor und da brauchen wir irgendwas an Happa Happa für den. Und jetzt gehen wir hier zum Schrottplatz und haben hier erstmal einen Imbusschlüssel. Okay. Gucken wir uns den mal an. Dann haben wir hier einen großen Reifen. Mitnehmen. Und weil das Ding ja auch so groß ist, können wir doch bestimmt... Es ist nicht fit. Dann halt nicht. Okay. Wollen wir diese Räume nicht in der Schraubladung sein? Hm. Das ist wirklich impräktisch, um es um zu kümmern. Wir können mit ihm reden. Es riecht wie Apfel, aber ich werde nicht einen Räume essen. Das ist großartig. Dann haben wir hier ein Schild. Was steht da drauf? Closed, geschlossene Schild. Wer in der Hölle legt ein Closed-Sign auf einem Schraubladung? Na. Es ist auf dem Garten fixiert. Es macht keinen Sinn. Wenn die Garten geöffnet sind, dann kannst du das Schild. Und es ist kaputt. Es schreibt, kaputt. Dann haben wir das Tor. Das Garten ist rustig und stark gehandelt. Mhm. Es ist keine Möglichkeit, das zu öffnen. Es ist gehandelt. Dann haben wir eine Kette da. Dann haben wir eine Kette da. Dann haben wir eine Kette da. Wirkung und so. Es ist nicht fit. Nein. Ein Schrottplatzschild. Es ist ziemlich selbstschaulich. Das Ding ist gut auf die Wände. Außerdem, warum würde ich es wollen? Wir haben heute so viel Schraubladung benutzt, dass ich mich nicht mehr interessieren. It reads Junkyard. Okay. Ein Hundeschild. Es ist eine Warnung, Sight, über die Garten. Aber es sieht sehr alt. Der Garten ist wahrscheinlich schon wieder tot. Aber was ist Kujo? Kujo ist inside? Kujo. Wann sehen Sie einen realen Schraub? Du musst sehen Sie in 1941. Die Wolfman. Das Monster sieht wie shit. Du sieht wie shit. Die Wolfman ist viel mehr als nur die Schild. Das Monster sieht wie das Monster. Okay. Das Sign ist gut auf die Wände. Es liet sich, Beware of the Dog. Okay. Da haben wir jedenfalls Sprit. Den brauchten wir ja auch. Mhm. Den können wir uns auch noch ansehen. Es ist empty. Aber es riecht wie Gas. Okay. Dann haben wir wohl keinen Sprit. Ich liebe diesen Sprit. Es ist ein Stück von korrigiertem Storchmachstern. Ich glaube, das ist galvanisiertes Storchmachstern. Wahrscheinlich benutzt für den Ruf. Ich dachte, du wusste nur nur über Autos. Hey, ich weiß auch über Frauen. Nein, du nicht. Oh. Ein Drahtgeflecht. Ich kann eine Spur von Sauterwein sehen. Ich kann das Weir-Machstern sehen. Ich kann das Weir-Machstern mit meinen hohen Händen. Ich kann das Weir-Machstern mit meinen Haaren. Ich kann das Weir-Machstern mit meinen Haaren. Ich kann das Weir-Machstern mit meinen Haaren. P.S. Auf Weihnachten hatte er einen Turke-Smoothie. Es sei denn, wir benutzen jetzt irgendwie die Cola als ätzende Chemikalien oder sowas. Na gut, das war's hier dann soweit. Das hat uns jetzt zwei Gegenstände gebracht. Und eine Stelle, wo wir eben was mit zwei Stellen eventuell, wo wir was mit einer Zange machen könnten. Weil da war ja auch noch diese Kette. Okay, dann gehen wir einmal, bevor wir in die Stadt gehen, gehen wir noch in die Außenbereiche zum Eingang von New Frontier. Das klingt jedenfalls bedrohlich hier. Ich glaube, es macht Sinn, dass sie den Namen New Frontier wählen. Daher sie ihre Territory in unserer Welt expandieren. Das ist nicht plausibel. Das Gedröhnen ist ein bisschen nervig. Okay, haben wir hier noch was anderes. Ein gepanzerter Wagen. Do you think Ralph's laser can pierce through that? First, we repair the robot. Then we test what we can pierce. Fair enough. I'm not sure. I don't know how to drive an armored car. And they would probably kill you before you reached it. And I'm pretty sure it's locked from the inside. I get it. I can't see if there are any people inside to talk to them. They are aliens, not people. And I'm pretty sure they don't want to talk to us. Hmm. Okay, mit denen brauchen wir nicht versuchen zu interagieren, denke ich. Aber da haben wir noch einen Müllcontainer. Und Müllcontainer bedeutet Gegenstände für uns. Now I realize why they produce so much trash. There's a huge base underground. Okay. Trash, trash, trash. And more trash. Are you sure there is nothing semi-useful there? Keep in mind that our standards for usefulness are very low. No, it's just trash. Like rotting things and smelly stuff. Oh, wait! Hey, look! It's a small fryer basket. Rad! Really? We are saying rad to an old fryer basket. I feel like a hobo already. Well, at least it doesn't stink. It does stink. Is... Eating garbage is never the solution. Speak for yourself. Okay, dann sollten wir mal hier, da haben wir noch ein Schild. I think it's pretty clear they don't want intruders. There's no way to reach it. It reads... Restricted area. Private property. Keep out. Pro... Per... Opet? Ähm, hier können wir nicht weiter. Wir müssen also wieder zurück. Ja. Okay, damit ist das gedröhnt zu Ende. Wir gehen zu Rector Smiths Straße. Okay. Reden wir erst mal mit ihm. Was machen Sie gerade? What are you doing? I'm beholding the vastness of the universe. Isn't that telescope pointing at Miss Perez's house? No! Not at all. Don't worry. We're not here to judge you. I'm a creep. Vinny likes Samantha Silverman, but he'll never tell her. Hey! Können wir Ihr Teleskop benutzen? Können wir Ihr Teleskop benutzen? What? Why? No! Just ask him. Just ask him. Bye! Goodbye, kids. This isn't pointing towards the sky, that's for sure. May I? This is not a microphone. It's a telescope. We know. Und können wir mit dem noch irgendwas tun? Den schlagen oder so? That will get us put in detention for the rest of our lives. That is the principle of our school. Oh, he's not that bad. No, but he has the personality of a worm. Hmm, yeah. Ein Plastik-Schnee, man. Ja, ich hab mich schon gefragt. Ist er kein Schmui? This thing is really creepy. It's kind of impractical to carry around. And hard to break. It's a cold night, isn't it? Hmm. Hmm, können wir dem Lippenstift draufmalen. Make-up there will not solve our problems. Hmm. Eine Pfeife. It doesn't fit. What could a firebasket do there? Weiß ich auch nicht. Okay, dann haben wir einen Weihnachtsbaum. It's a synthetic Christmas tree. What's wrong with these people? It's kind of heavy. Besides, why do we want a Christmas tree? You're only saying that because you're half Jewish. Shut up. I would like to ask you for a Christmas wish. It's a synthetic Christmas tree. It doesn't grant wishes. It's a synthetic Christmas tree. Wobei, ja, da können wir wahrscheinlich... What's wrong with these... Ja, ja, ja. Können wir wahrscheinlich eh nichts machen. Oh, da haben wir noch ein Fenster. I can't see inside much. The window is closed. Hello? No one is answering. Did you hear? It's the door to Principal Smith's house. What are we doing here? Trying to stop an alien invasion. Then why are we here? I don't know. Maybe we can steal some stuff from the Principal's house? I heard he has a computer. Now you're talking. The door is closed. Hello? I guess no one is home. Hello? Hey! Open that door! Yeah, you're right. Yeah, ich glaube, der hätte uns eigentlich hören müssen. Orange Auto. Fenstertür. This leads into a room inside Principal Smith's home. The window door is closed. And locked. Can we force our way in by breaking the glass door? No. Well, that could be troublesome on so many levels. Hmm. Hello? Is anybody in there? Aber, aber. It doesn't fit. Ach. War ja zum Schlagen gedacht. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir mal Orange Auto. This is, uh... It's a Hyundai Pony Model 76. An orange car. Äh, die Räder sieht irgendwie so aus, als wenn die festgeklemmt wären. It's closed and locked. We could try to smash the window. Now, that could draw some unnecessary attention. Hello? Hello? Are you a robot in the skies? Yes, I am. Don't be stupid. It doesn't fit. Hm, okay. Haben wir hier sonst noch was? Hm, nee. Okay, das war nicht sehr ergeblich. Ah, da ist eine Fußwatte. Da muss ein Schlüssel drunter sein. Wie bei Manic Mansion. Hey, there's a key under it. Classic. Yeah, I heard of a new video game where to enter a mansion you should do the same thing. People should not put their keys under the doormat. Sehr schön. Okay. The door is closed. Aber, aber, habe ich das nicht gerade aufgemacht? The door is closed. It's the door to Principal Smith's house. What are we doing? Then, now? Na ja, vielleicht ist es dann dafür, aber... Ist schon ein bisschen seltsam, da kam das Geräusch dafür. Voila! Hm. Na gut. Hello? There's no one home. This is trespassing on private property. I think we have worse things to worry about than breaking the law at this point. Besides, we already broke the law like several times and in different degrees tonight. Okay. Let's see what we got here. Einen Fisch, den wir mit Sicherheit mit unserem Fritten-Dings da rausangeln können. Gotcha! Yeah. This fish died really quickly. Well, that happens when you take a fish out of water. But this one died unusually quick. I think that is because this is a very expensive and exotic tropical fish. Okay. Können wir das Fleisch mit Wasser füllen? I should refill this with actual gas. Okay. The aquarium is empty. I can't talk to that. This bookshelf is full of educational and management books. Starting a book now would be an unnecessary delay. And, I guess there's not much information about how to stop invading aliens on that bookshelf. I just want to... Okay, dann haben wir hier einen Drucker. The printer has some paper jammed on it. Why do they always do that? I bet it's a conspiracy. There is no way to fix this junk. Start working! Diplom? This diploma certifies that the principal has completed a course on lawn growing. Hmm. That diploma is okay where it is. Okay. It reads, this diploma certifies that William Gregory Smith has completed the course on advanced lawn growing. Dann haben wir Schubladen. I guess this is full of papers. The key is used. Okay. Hello? Is anybody in there? Uh, seriously Vinny? What are you thinking? I don't know. Maybe the principal locked up a midget. We saw aliens today. Anything is possible. Die da unten? I guess this is full of... Machen wir das auch gerade noch? Hello? We... Nein. Okay. Computer, 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 Schublade, Mehrpapiere. This monitor is visibly broken. I wonder what happened. Let me use my deductive skills. Jammed paper on the printer. The principal got mad at the computer. Then, in rage, he hit the monitor. For some reason when people get frustrated with the printer, they hit the monitor. It makes no sense. Mm-hmm. It's impractical to carry. Besides, it's broken. Hello, monitor? It's broken. The right remark is, monitors don't talk. Then, we have a computer. This is a brand-new Commodore 64. Damn! The principal must be a millionaire. They are not that expensive. But man, it's a fine piece of equipment. Mm-hmm. Oh boy, oh boy. Do you think this one has a dictionary installed? I don't know. We should try this on the truck. We don't want to install anything weird in Ralph. I should connect this to Ralph to try to communicate with him. We would need this and a digital dictionary. Mm-hmm. Cool. Okay. Monitor können wir nicht so haben, oder können wir den noch einschlagen. It doesn't fit. Nee. Dann haben wir noch eine Schreibmaschine. It's an old Typewriter. It's not as practical as a computer, but it has its charms. It's an old model, so it's unnecessarily heavy. It would be wonderful, if it could be possible, to talk to one of those and it just magically start to write what you say. Well, speech recognition as a technology currently in development. Maybe someday we'll see the light. It's one of those fancy chairs with wheels. Oh. Hmm. Hello? Stop doing that. Let me check this. Seems like Principal Smith was writing his memoirs. So he and Mrs. Perez had some kind of really weird affair. Yuck. Maybe this could be useful? Those papers contain Principal Smith's memoirs. No one cares about Principal Smith's memoirs. Maybe Mrs. Perez. No. According to this, she left him because he spent too much time writing his memoirs. Why don't you read the memoirs yourself? I'm not sure if I want to. Let's read just a couple of lines. Clara Perez and I were meant to be together. Maybe she wasn't interested in snails and she didn't like to talk about schedules or tax refunds as much as me. But we had so much fun watching horror movies together. It was so wonderful to see her laugh every time the screen was filled with blood. And after every movie, she used to dress as a... Oh my God, Mrs. Perez is sick! Is the Principal planning on publishing this? I guess we should stop reading. Okay. Okay. I didn't know the Principal liked this kind of violent movie. So he has a cool side. This poster is okay where it is right now. Say hello to my little friend! That's a lot of paperwork. Man, it makes me want to puke. Come on, it's not that much. It's just school-related paperwork. We definitely don't need that. Okay. If we're not going to steal it, at least let me mess it up a bit. Done. It's a lot to read about. Maybe we can find something about us. Or even give ourselves good grades. Killer Aliens from outer space. Let's not forget the focus. Okay, and then haben wir die Tür. Is this die Haustür? I think this leads to the hallway. Mm-hmm. I wonder if... Yikes! Keep that door closed. I will! Okay. Hello? Okay. While throwing a dead fish there might be fun, it's not going to be very helpful. I told ya. Have I really... Have I just on the head clicked? Or... While throwing a dead fish there might be fun. Hätten sie ruhig noch einen... Noch einen neuen Satz mit ein... Für einen bauen können. Na gut. Ähm... Da waren wir jetzt auch. Bleiben noch zwei übrig. Ähm... Aber gehen wir erst noch mal zum Anhänger. Und... Da haben wir den Computer. I don't think I could connect a Commodore 64 there. By the way... How are you supposed to make this compatible with Ralph? Alien technology. And that's all the explanation I need to hear. Hmm... Müssen wir vielleicht einfach auf Ralph benutzen? This computer does not have any kind of dictionary installed. So? So? We should install a dictionary in this computer before connecting it to our metallic friend. Na gut. Wimfern sind wir das schon mal wieder los. Fisch? Willst du einen Fisch? While throwing a dead fish there might be fun. It's... I told ya. Hmm... Okay. Können wir den aufschrauben? It doesn't fail. Okay. Hatten wir hier noch was? Da haben wir einen Nussbaum, aber... Der wird wahrscheinlich wenig nutzen. Ne? Okay. Da ist auch nichts mehr. Moment. Die haben doch gesagt, dass der Fisch stinkt. Können wir den Fisch vielleicht in den Brunnen werfen, um uns dann... ...nach dem... ...Gestank zu richten? Nein. While throwing a dead fish... I told ya. Nein. Wäre ich denn wieder gut? Nein. Man dachte, ich hätte eine voll tolle Idee gehabt. Aber nö. Okay. Okay, dann gehen wir erst mal zu Samantha Silvermans Straße. Das kleine Gebäude geht nicht. Da haben wir noch mal einen Mülleimer. Da haben wir noch mal einen Mülleimer. Es riecht lustig. Was du riecht, ist nicht lustig. Es ist Hydrogen-Sulfide. Können wir ein bisschen Hydrogen-Sulfide bekommen? Nein. Was können wir damit machen? Vielleicht hier mitkombinieren? Nein. Ich würde nicht... Okay. Hustür... Das ist Samantha Silverman's neighbor's door. Ich habe nie mit ihnen gesprochen. Ich auch. Warum würde ich mit ihnen sprechen? Ich weiß. Du bist der einzige, die zu sprechen, mit denen du nicht sprechen kannst? Aber du kennst gar nicht Samantha Silverman. Oh ja, ich erinnere mich, sie ist deine Freundin. Sie ist noch nicht meine Freundin. Sie ist noch nicht meine Freundin. Aber ich arbeite daran. Die Tür ist lockt. Hallo? Ist jemand da drin? Ich denke, sie schlafen. Es ist ziemlich late. Nein. Können wir da hoch? Nein. So. Oh. Oh. Und? Das ist wirklich trocken. Die Licht ist auf. Die Licht ist auf. Sie muss sein. Ich sollten Sie finden eine Art und die Arbeit geht. Ich verstehe. Und das ist mit. Warum soll ich sie unsere Zeit? Sie ist cool. Ich hoffe, sie wird uns helfen. Das ist nur weil sie Avoidung. Vielleicht in Fischruhe. Ah, okay, wir haben ja die Taschenlampe. Samantha! Was machen die Kinder auf meinem Balkon? Du weißt, was Zeit es ist? Geh die Hölle aus hier, oder ich werde dich schreien! Yikes! Es ist besser, wenn wir nicht viel Ruhe machen, ich glaube. Das Auto sieht großartig aus. Es ist großartig! Das ist ein Mustang GT! Mann, das Auto hat ein V8 Motor. Es ist lockt. Kannst du sprechen? Der Auto, der spricht, ist ein Pontiac Firebird. Na gut. Ein Weihnachtsbaum. Aus Plastik. Das ist wahrscheinlich ein Hanukkah-Busch. Was ist die Unterschiede? Mainly der Name. Es gibt keine Präsenten unter diesem Baum. Was soll ich mit dem Baum sprechen? Die Lichter sind weg, und es ist late. Also sind sie wahrscheinlich schlafen. Die Tür ist lockt. Was wenn wir die Tür klicken? Wenn wir die Tür klicken? Wenn wir die Tür klicken wollen. Und wir wollen niemanden klicken. Hallo? Nichts. Okay, es ist... Two bears sagen, Happy Hanukkah. Was ist Hanukkah? Es ist Jewish Christmas. Es ist ein völlig anderes Celebration. Aber es ist auf dem gleichen Tag wie Weihnachten. Es ist wichtig. Hanukkah beginnt am 25. Kislev. Okay. Jetzt inventest du nur Worte. Ich will das nicht umgebracht. Happy Hanukkah. Okay. Dann haben wir noch... Was? DeLorean? Die klassischste Zeitravelling-Maschine ever created. Die Leute in diesem Umfeld müssen verlebt werden. Es ist lockt. Natürlich ist es. Das Ding kostet eine Verlust. Wo ist der Dock? Ja, aber... Nein, da können wir nur wieder weglaufen. Wollen wir nicht. Okay, dann gehen wir mal hoch und benutzen die Taschenlampe. Hm? Steve? Ist das du? Wer ist Steve? Vinny? What are you doing here? You know what time it is? It's a long story. May we enter your house? It's kind of cold out here. Uh... Okay. It won't be the first time that I sneak three guys into my room. What? Oh, forget it. Give me a minute. Now climb! Why does she have a rope ladder ready? Don't ask. The answer will probably break Vinny's heart. Ah... Okay. John Bobby. Okay, da steht aber John Bobby. Ähm, ich glaube da haben sie... Entweder das beim Übersetzen verplant, oder... Naja, wie dem auch Saalplüschtiere. Wow. She... Some of them are really weird. Look at that smiling thing with a hat. I guess that's a character from a game that is announced to be released next year. Too weird for me. Naja... Das... Maybe I could. N-No! Those are my plushies! Uh... Hello? It seems like Sid, the demon of darkestville, isn't in the mood for talking. Okay. Das eine hatte ich eben versehentlich weggeklickt. Also... Wow. She has a lot of plush toys. Some of them are really weird. Look at that smiling thing with a hat. I guess that's a character from a game that is announced to be released next year. Too weird for me. Hm... Ja. Das würde ich jetzt mal als Lechak interpretieren. Schere... Why does she have a pair of scissors on the wall? That's my Bubbies scissors. The silverman scissors have cut thread from ancient times. I can't talk to that. I should... Please, let that be. But what if we need to cut something? If you need something cut, I'll cut it myself. But don't touch my heirlooms scissors. Hm... Vielleicht den da? I can't connect the short hose there. Hm... Äh... Okay. Ein Radio. It seems like girls just want to have fun in the end. Oh, don't turn that on. I'm watching TV. What? Okay. It reads... Radio Power-Thon. So... Dann haben wir einen Spiegel. Okay. My pompadour is welcome. I always look good. I must admit. We look pretty fresh for three guys that just escaped an alien lab. Oh, can you please stop touching everything? I would have never believed I would say that in my room. Mirror, mirror. On the... What the hell, man. Makeup? It's a set of probably line makeup. That's a lot of makeup. You should have seen my previous makeup set. I had the whole red summer probably line lipstick collection. But I had to throw it out after I learned that the whole red summer collection was highly toxic to people allergic to peanuts. I didn't know you were allergic to peanuts. I'm not. But some of the members of the football team are. Yeah... May I? Why would you want makeup? I... Is there something you want to tell me? I mean... That would explain some things. No! It's not that. Let me explain. Maybe we could use some of your makeup to stop an alien invasion. Oh... Yes. That makes so much sense. Anyway... No. You can't take my makeup. I can't talk to that. Okay. Then John Bobby poster. Look at these guys trying to look cool. John John Bobby. How long can one of these bands last? I bet no one is going to remember them in two years. No. Then me! If you keep trying to steal stuff, I will have to ask you to leave. You are not that cool. Samantha's bet. This is Samantha Silverman's bed. It looks so soft. And it has a soundproof modification. You made this? No. It was a nerd I was dating. Mhm. This bed is so soft. Can you please stop that? Hmm. That would give me the official stamp of Creeper. Then we have an Aya poster. Look at those guys. Old stuff is so much better. What happened to Glenn Miller? He died 40 years ago. He died 40 years ago. No please. Aha. Take on him, Tor. The TV is tuned to some music TV station. Those video clips make no sense. Why the eyepatch? Why the kimono? Why the spinning? Well, actually, that's the only thing that makes sense. He is spinning like a record. Yeah. Das ist der, ähm... Der Titeltrack von dem Spiel. Äh... Ah, Moment. Ich muss mal gerade nachschauen. Ja, das war Spin Me Around von Dead or Alive. Ähm, jetzt zumindest bei dem Spiel. Ähm, okay. Okay. I'm going to change the channel. Heh heh heh. No, you are not. Okay. You spin me right round, baby, right round. You spin me right round, baby, right round. The video clip is awesome. And the lyrics are catchy. Okay. Two. This door has a stupid poster of the guy that sings Reckless Whisper or something like that. The door is closed. And if my dad finds out you're here, he's going to kill you all. So it will be better if it stays closed. We can all agree to leave the door closed. Hello? Shhh, are you mad? Okay, das war's, ja, aber... Hm, wir können halt noch mit ihr reden. Samantha Silverman is the most beautiful girl I've ever seen. That's clearly an exaggeration. No. Yep, das war's fit. So, what are you doing outside my home at this time of the night? Do, uh, do you believe in aliens? No. Then you're not going to believe this. What do you mean? Well, we received this weird signal, and then... Can you please focus on why you're here? We found an alien robot creature, now it's wounded, and we want to repair it. And teach him how to properly speak our language. Yeah, he only does weird noises. Like, boops and beeps. You're right, I don't believe you. Why are you here this late? If we say common teenage vandalism, will you believe us? Well... Yeah. Then that's what we are doing this late at night. Hm, why are you still awake so late at night? What are you doing, uh, awake this late at night? Uh, just... combing my hair. Also, Steve was supposed to come watch MTV and chill. Okay, wer zum Teufel ist Steve? Who the hell is Steve? Steve Carson? Isn't that guy, like, five years older than you? Andy's an asshole. That's none of your business. I totally agree. Okay. Jetzt oder nie. Samantha, willst du meine Freundin sein? Kannst du uns helfen? Can you help us? With your little green men from Mars? He is really tall. Definitely not green. And I doubt he is from Mars. If you're trying to impress me, this is definitely not working. Okay, dann, jetzt oder nie. It is... Now... I... Well... Do you... I mean... What? Nothing. Okay, wir sehen uns später. See you later. Bye, bye. Okay, also hier hätten wir theoretisch zumindest eine Schere. Das ist noch Brot. This is some kind of bread. It's Sufganiyot. I made it myself. They're delicious. Mmm... May we take one? Sure. They are... They are delicious! Right? Sometimes you gotta take a bullet for the team. What? Nothing. I mean... These things are delicious. Right, Tony? Yeah, yeah. Pretty much. Oh, I'm really glad you liked it. I can make more for you tomorrow, if you wish. No! I don't want to cause any trouble. Okay. Ja, das hat uns aber auch nicht viel geholfen. Ähm... Wir müssen die irgendwie entweder loswerden, oder... Hm. Na ja, gucken wir uns erstmal noch woanders um. Also wir hatten glaube ich noch eine Location, die über war. Wir sind da jetzt... Genau, wir können da einfach diese Strickleiter hoch und runter laufen, okay? So, und dann haben wir noch die Einkaufsstraße. Zu Laser Llamas Spielhallen. Laser Llamas! Where the fun begins! This place is great! I spend way more than I should here. No way to reach it. Besides, it's like... Huge. It reads... Laser Llamas! I think the name is kinda stupid. Yeah, what kind of people put a Llama in their company name? Jackpot! This thing has credits on it! It has... Nan credits. What does that mean? It's an error. Errors. They make life so sweet. The... The... Was heißt das? Uh huh. Okay. Der hatte eine Diskette. Also kriegen wir da eventuell unsere Software her. Ich sehe noch nicht, wo hier das Ziel sein soll. Da passiert ja quasi nichts. Und damit können wir dann nach links. Aber, okay, dann müssen wir mal gerade was ausprobieren. Wenn ich jetzt hier am Start bin, dann ist dieses Auge an einem rechten Ding in etwa. So. Und jetzt gehen wir nach dem. Und jetzt geht das da auf dieses Ohr runter. Noch vor dem zweiten gelben Strahl. Okay. Und jetzt werden wir... Aha. Also der hat schon unterschiedliche... Hier von links nach rechts geht es gleich weit. Aber wenn wir den jetzt hier einmal minimal nach rechts... Also dieses... Damit können wir halt auch ganz andere Größen holen. Aber die... Wir haben halt überhaupt keinen Ansatz, wo wir denn da reingreifen sollen. Also vielleicht da eben eine so eine Diskette genau packen. Aber... Ich meine, der ist ja jetzt auch dahinter. Naja, also ich sehe jetzt hier noch keinen Ansatz, ähm... Kein Hinweis darauf, was wir hier erreichen sollen. Wenn da jetzt einmal so ein Bär so ein bisschen so ausgesehen hätte, als wenn sich die, ähm... Diskette gelöst hätte. Es reads... Claw Claw Joy 4000. Hm. Mark Wurland. The burgers here are so good. And the commercial's so catchy. And they use a type of gherkin-cucumbers hybrid that's really sweet. I love this place, but I'm not sure if I should hug it. If you don't like diabetes, then you shouldn't. It reads... Mark Wurland. Man, I love this place. Hm. Tio? Darn! It's closed! Talk properly. Bogus. It's closed. The door's locked. It reads closed. Na gut, dann haben wir Fenster. Oh, lights are off. This place is closed. Man, I miss those burgers. The window is closed. Should we break in? Let me tell you three words. Central alarm system. For a moment, I thought you were about to say naked girls on TV. Those are four words. And why would I say that? Uh, forget it. Hello? I want to order a Mark Burger with double cheese. Hm. Dann haben wir ein Auto. This is a Hillman Avenger, right? Nope. It's a Dodge 1500. Check this. It has both the Volkswagen and the Dodge Logos. These things are made in Argentina. You are far away from home, my friend. The car is locked. It says Dodge 1500 and has a Volkswagen Logo. Hm. Vielleicht können wir auch irgendein Auto mit dem Inbus-Schlüssel aufschrauben oder so. It doesn't fit. Naja. Oh, da geht's noch mehr. Uh-huh. Look! They have all the Thunderfeline toys! Don't look at me. I don't play with toys anymore. I think the concept is cool. Illogical, but cool. Well, if you want to see some feline action, you should see Cat People. Great movie. That's a great way to attract the police. And we don't want any attention. Hello? Is anybody in there? None of those toys are going to reply to you. I hope. Toy Camp. I used to love to come to this place. They have the complete collection of He-Manuel, Masters of the Mexico. I used to have man at armas. My grandma bought me she Ramona, the warrior barwoman. Isn't that a toy for girls? No. Sehr gut. The sign is too tall to reach. It reads Toy Camp. Ah, da ist ein, ähm, offenes Ding. Okay. Da können wir doch sicher den Schlauch reinstecken. Okay. I put this here. Dann... Now you need to suck the hose and quickly put the hose in the gas can. Ganz genau. Try not to swallow gas. We don't have time to go to the hospital. Okay, damit hätten wir das. Da kommen wir nicht rein, oder? It has a closed sign on it. It makes sense. It is kind of late. What time is it, by the way? No idea. But well past midnight for sure. The door is locked. Hello? There is no one inside. I usually don't like movies about kids. No one wants to see kids involved in crazy adventures. They are usually annoyed. The poster is behind the glass. Maybe break the glass? It would be inconvenient. It reads The Groonies. I never rented a movie here. But I heard this franchise is everywhere. It's out of reach. And why would you want it anyway? Video Buster. What a difference. I have the same poster in my room. I heard they're going to make two more movies about this guy. Sequels have the tendency to be less popular. The poster is behind the glass. Maybe you should break the glass. It would be inconvenient. Okay. It reads Return to the future. Äh. Also dann werden wir beim nächsten Mal hier in die Videothek gehen. Und ähm. Hier hatten wir auch noch ein Gebäude, wo wir rein konnten. Ähm. Was war das nochmal? Ähm. Was war das nochmal? Hier muss man wieder gucken, wo man denn entlanglaufen kann. Schon recht breit hier. Genau. Das Ding müssen wir irgendwie, das weiß ich noch nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Und wir gehen in das Laser-Lamas, die Laser-Lamas-Spiel ein. Also das ist, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Und mal gucken, was wir hier noch gelöst bekommen. Wir müssten dann wahrscheinlich auch, äh, dann hier wirklich, äh, wieder Dinge kombinieren. Das gucken wir uns also beim nächsten Mal an. Neue Folgen mal mit montags, mittwochs und freitags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.